Liebe Schwestern und Brüder, wissen Sie, wer gemeint ist, wenn man vom bayerischen Herrgott spricht? Nein, nicht Markus Söder, der mächtige Ministerpräsident der Bayern. Übrigens auch nicht Gottvater im Himmel, nein. Im bayerischen Olymp thront der heilige Leonhard, der Patron des Viehs und der Pferde. Und weil die Rösser über Jahrhunderte des Bauern ganzer Stolz waren und der Stall voller Vieh, avancierte der Abt- und Nothelfer zum bayerischen Herrgott. Ähnlich verhält es sich mit der bayerischen Dreifaltigkeit, der wir heute am Dreifaltigkeitssonntag nachspüren. An und für sich ist die Dreifaltigkeit theologisch eindeutig festgelegt. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Schon von Kindesbeinen an wird uns das mit dem Kreuzzeichen quasi leibhaftig gelehrt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So ist es. Doch wenn ein Bayer in tiefen Nöten seine Dreifaltigkeit anruft, dann entfleucht ihm gerne ein flehendes Jesus, Maria und Josef. Wenigstens Jesus findet sich theologisch noch an richtiger Stelle. Seine Mutter Maria und sein Pflegevater Josef haben sich hingegen irgendwie eingeschlichen in die hohe Dreifaltigkeit. Die bayerische Volksfrömmigkeit hat sich eine eigene Dreieinigkeit zusammengezimmert, getreu den Hausaltären der bäuerlichen Stuben im Herrgottswinkel. Gott Vater kommt dort selten vor. An der Wand hängt das Kreuz und an ihm Jesus. So dann findet sich eine Marienfigur oder ein Gnadenbild von Altötting oder Maria Hilf und der Zimmermann Josef ergänzt diese heilige Familie. Mag sein, dass der Heilige Geist doch noch einfliegt. In seiner Taubengestalt findet er sich manchmal in einer Glaskugel über dem Tisch schwebend. Doch die bayerische Benennung solcher Gebilde ist weder predigtauglich, noch zeugt sie von hoher Theologie. Der Volksglaube bewegt sich gerne ein wenig abseits der Bibel wie des Katechismus und prägt ganz eigene Verehrungsformen. Übrigens gelingt es ihm nicht selten, auch in die Gotteshäuser einzudringen. In der sogenannten guten alten Zeit, als in Bayern noch der Prinzregent regierte, wurde die Passauer Stadtpfarrkirche St. Paul mit neobarockem Stuck ausgestattet. Die Gründerzeit brachte Reichtum in die bürgerliche Stadt und so konnte man sich diesen Luxus leisten. Und was findet sich hoch oben im Mittelschiff, unübersehbar? Drei prächtige Medaillons, Jesus, Maria, Josef. Immerhin war damals Passauer schon mehr als 100 Jahre bayerisch. Wen wundert es also, dass die bayerische Dreifaltigkeit in aller Pracht den Gewölbehimmel ziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.sdc.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at. . Vielen Dank.